Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist RxHK Germany. Was geht? Sag mal was. Und wir finden heute hoffentlich die neue Schleimwerfer, Lava Gun, Knarre, Waffe, Kanone, was auch immer, wie auch immer die heißt. Werden wir jetzt mal gucken. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich in der Runde. Bis gleich Leute. So Leute, wie lange jetzt in Mathilde Towers. Ich hoffe, wir werden diese Waffe direkt mal finden. Und abonniert gerne RxHK Germany und seinen Zweigkanal. Also RxHK Germany braucht ihn nicht abonnieren, aber macht es trotzdem gerne, dann kann er flexen. Aber er kann da leider nie wieder, glaube ich, Videos hochladen. Oder? Aber abonniert gerne seinen neuen Kanal, der heißt GTA 5 Gaming. Oder wie heißt der nochmal? Ja, GTA 5 Gaming. Ja, GTA 5 Gaming. Abonniert ihn gerne, Leute. Wie viele Abonnenten hast du? Krass viele. Fünf Stück sind echt viele. Leute, macht ihm mal so die 20 Abos voll, würde ich sagen, oder? 20 ist für den Anfang, sind doch erstmal gut, oder? Leute, man muss auch sagen, ich habe erst alles. Das ist ja mein Problem, ich habe jetzt neuer Kanal jetzt. Ja, ja. Das ist ein neuer Kanal. Aber Leute, er hat noch nicht so viele Videos, er ist alt, aber abonniert ihn gerne. Er wird in der nächsten Zeit ein paar Videos, denke ich, mal aufnehmen. Und Leute, abonniert ihn halt, wie gesagt, gerne. Ich weiß nicht, also versuchen wir, versuchen mal, das wäre echt stark, wenn wir ihm 20 Abonnenten voll machen könnten. Vielleicht können wir auch mehr schaffen, aber 20 Abonnenten sind erstmal nicht zu viel verlangt, oder? Kommt drauf an, wie viele Leute dieses Video sehen und dich dann abonnieren, das weiß ich nicht. Mein letztes Video haben sogar 70 Leute gesehen. Keine Ahnung, wie viel das Video, wie viele Klicks das bekommt. Ah, nice. Cool. Kann ich dich haben für ein Mini? Ah, nice. Fürs Spiel habe ich jetzt auch eine Pickaxe bekommen. Und ich habe ein Jumppad gewonnen. Bekommen. Nice. Hier, nimm ein Mini. Hier. Ich helfe dir. Oh, jo. Aha. Den muss ich jetzt erstmal fertig machen, den Paul Berger. Wo ist der denn? Digga. Na toll. Ich habe keine Materialien, Scheiße. Hier. Warte. Gib dir die Waffe. Ja, Bruder, ich kann gerade nichts machen, ne? Ich habe gerade... So, Leute. Sorry, was da gerade passiert ist. Jigs, machen wir eine neue Runde. Let's go. Digga, alles okay bei dir? Was passiert? Ich komme. Ich komme, ich helfe dir. So, ich komme. Komm, steck zu mir. Komm, in den Busch gekrabbelt oder so. Egal. Bleib stehen. Bleib stehen, Jigs. Junge, bleib stehen. Beweg dich nicht. Gut. Leute, leider sind wir gerade natürlich gestorben. Ey, aber zeig mal deinen Backplink. Zeig mal deinen Rucksack. Das passt voll gut. Zu dem Skin, muss man sagen. Skin Contest. Direkt gewonnen, Kapi. So, Leute. Ein bisschen Farmen wir mal hier so. Nice, Leute. Wir haben die neue Waffe gefunden. Und das neue Jump Head. Das werde ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Sprungfläche. Aber leider... Also Blau kann man gut finden. Einen Schlüssel habe ich auch. Vielleicht können wir uns gleich hier was Cooles holen. Aber, Leute. Was mich abfuckt, dass man einen Slot dafür verschwenden muss. Und hier, Leute, haben wir die neue explosiven Schleimwerferwaffe. Cool, oder, Leute? Nice. Ey, bitte gib mir. Gib mal. Digga, gib. Schnell, Gegner, komm hier. Gib doch bitte. Ich will den Zuschauern zeigen. Danke. Leute, wir killen den Jätsch. Komm her, Gegner. Wo bist du? Bam. Friss das, du Pedder. Läuft. Nein. Leute, wir müssen uns verpissen. Oh, Baby. Oh, wow, wow. Digga, ich komme hier nicht hoch. Ich bin behindertes Kind. Okay. Digga, der Gegner ist so schlecht, Leute. Der Gegner ist so fucking schlecht, aber besiegt mich. Weil ich einfach verkacke. Leute, wie lost kann man sein? Wie schlecht kann man eigentlich sein, Leute? Dieser Gegner hat mich fast gefickt, Leute. Sorry für dieses Wort. Dieser Gegner hat mich fast hops genommen. Der hat mich fast outbladed. Obwohl er so ein schlechter Gegner ist. Ich brauche den Papp. Hier ist etwas für dich. So, Leute. Das müssen wir uns schnell hier gönnen. Bam, 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 bam. Yo, 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 Gegner. Ist klar. Ist gut. Ist gut. Ja, dein Pappgang kannst du mir direkt mal geben, Kollege. Bam, 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 bam. Nice. Danke dafür, Gegner. Pappgang nehmen wir mit. Bam. Das ist diese Acker, dieses, diese Kalaschnikow brauche ich eigentlich nicht. Diese Acker 7.40 oder was das da ist. Schildblasen sind hier. Nice. Willst du Schildblasen haben? Damit kannst du dich schützen. Bam. Komm, Gegner, komm her. Wo ist der Gegner? Leute, wo ist der Hinterpist, der Typ? Ey, falls du dich irgendwie, ähm, Ding lang willst, hier ist ein Jumppad, ne? Ich hab ein Jumppad gebläst, hier in dem. Wo ist aber jetzt dieser Typ hin, Leute? Digga, wo ist der hin? Der war so schlecht, der Gegner. Und das, wir sind hier in 2022 und es gibt noch so schlechte Gegner, das hätte ich niemals gedacht, Leute. Dass wir in Chapter 3 so einen schlechten Gegner finden, doll. So. Ossi, der Digger kam, hat mich, äh, hat mich von hinten weggeholt. Hast voll hinten gedoppt. Hast die Doggy gehoben, den Gegner. Spaß. Ich hab kein Digger gebraucht, so. Okay. Der arme Gegner. Bam. Gab's hier nicht irgendwo diese Dinger, wo man so kaufen kann, Leute? Mit Schlüsseln, diese Tresor-Dinger, Dinger, Dinger, Finger. So, Leute, ich würde sagen, looten wir doch den overpowereden Tresor. Es soll auch bald, Leute, drei Schlüssel geben. Also für, okay, ja, drei Stacken, aber es wird bald so sein. Ah, hier ist nochmal die Waffe auch für dich, wenn du möchtest, hier. Schleimwerfer-Ding. Leute, es wird zu overpowered. Es wird bald so sein, wahrscheinlich. Lol. Ich dachte, du bist es, Bruder. Ach, komm schon, Digger. Ich dachte, du wärst es, Digger. So schlecht von mir. Ich hab den zu spät, ich hab zu spät geschickt, Digger. Ach, komm schon. Bitte hol mich einfach schnell. Bitte kill den nicht. Bitte mach, tu so, als ob du nicht da bist. Öffne diese Steigwand und rewrite mich bitte einfach. Dankeschön. Danke. Digger. So dumm von mir. Aber, Leute, es wird vielleicht so sein, dass man mit drei was machst du? Mit drei. Digger. Es wird so sein, dass man bald wahrscheinlich Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Abonniert, ACK, Germany, BBXLOT, Darkboy und sein neuer Kanal GTA 5 Gaming. Abonniert auch gerne mein zweiter Account und lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute. Willst du was sagen? Peace out. Heilig. Tschüss.